Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Heute zeige ich euch, wie ich meinen schönen, grossen Christbaum dekoriere. Kommt mal mit! Dieses Jahr schmücke ich meinen Weihnachtsbaum in den Farben Orange, Gold und Rot. Dazu verwende ich Kugelketten, Lameda, grosse Kugeln und kleine Kugeln. Ich habe auch Lichterketten gekauft und am Schluss werde ich noch Weihnachtsgelanden dranhängen. Jetzt schmücken wir aber den Baum. Kommt mit! In der Schweiz hat jeder Weihnachtsbaum eine Spitze. Bei mir ist das der Stern. Ich hänge jetzt die Lichterkette an den Baum. Die Lichterkette hängt an dem Baum. Ich hänge die Kugeln an den Baum. Jetzt hängen alle Kugeln am Baum, an dem Baum. Ich werde jetzt die Kugelketten auch an den Baum hängen. Die Kugelketten hängen am Baum. Die Weihnachtsgelanden hänge ich an den Baum. So, die Weihnachtsgelanden hänge ich an den Baum. Das Lameda, das hänge ich auch auf den Baum. So, das Lameda hängt auch an dem Baum. Zum Schluss hänge ich noch meine roten Weihnachtskugeln an den Baum. So, mein Baum ist fertig geschmückt. Wie gefällt euch mein Baum? Na ja, muss ja nicht immer der Grösste sein. Das L fieryt wurde jetzt noch nicht, dass er gelegt wird. So, was ich weiß, das Lameda platziiert will. Eigend zum Hähncy Hitoks! Das war der an